Simon bringt jetzt unseren, er ist für eine ulreiche Form, schöne Verraten geben. Simon, hau die Wege rauf. Jetzt Simon, sauber gehalten. Klasse. Arschkildiger. So, Aron ist Autofrei? Ja, ich glaube schon. Oder ist das Kittel? Weiß ich nicht. Kann so nicht sein. Kann ich gar nicht so. Jetzt hau Sonniger oder Aron rein rein. Logisch. Los werden. Hau ihn rein. Oh, er ist vorbei. Fahrkarte. Simon, eine Fahrkarte. Schön gehalten, wunderbar. Schön geflogen, schön gehalten. Das macht ja richtig Spaß heute hier, die Jungs. Die ziehen ja einen nachher ab. Simon. Oh, er hat ihn noch mal gelingt. Schön flach. Super los jetzt noch mal hier, Aron. Ich glaube, das ist Aron, ne? So, der war weit vorbei. Kann passieren. In Aue muss besser getroffen werden. Ja, der war ein geiles Ding. Da war auch nicht drin. Wir waren nicht so dran, Simon. 20 Meter. Der war gut. So, die Jungs sind alle fleischig. Aue kann kommen. Ja, war ein schönes Ding. Unhaltbar im Winkel. So, wir fallen da die Pnochen ab. Alles klar, Jungs und Mädchen und meine YouTube-Freunde. Da vorne erst einen kleinen Eindruck hier vom Training. Vom Mittwoch. Alles klar. Bis morgen. Tschüssi. Nur der HSV. Tschüss. Uh, Laddi, Laddi. Uh, Svenni. Ich hätte es nicht gehalten. Alles Gute. Tschüssi. Schön gehalten. Schluss. Sagね. Fing. Isabi. Vielen Dank.